Musik Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ASMR. Ich habe mir die letzten Monate öfter mal überlegt, ein Video zu diesem Thema zu machen, weil ich es schon relativ interessant finde auf der einen Seite. Ich wurde sogar selbst mal darum gebeten, so ein Video zu machen. Und ich finde es grundsätzlich interessant, was da so passiert. Allerdings gibt es da auch viele schwarze Schafe. Aber ich denke, dass viele gar nicht wissen, um was es dort genau geht. Und deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen, beziehungsweise eine, die das selbst betreibt. Und das ist Janina und sie gibt euch mal ein paar Erklärungen, was ASMR genau ist und was das genau bedeutet und warum sie das Ganze recht erfolgreich momentan macht. Hey ihr Lieben, ich hoffe euch geht es allen gut. Ich möchte euch nämlich heute einige Sachen zu mir und meinem Content auf YouTube erzählen. Und zwar fangen wir an mit meinem Namen. Ich heiße ASMR Janina. ASMR ist das, was ich auf meinem YouTube-Kanal bringe. ASMR, also im Deutschen ASMR, heißt Autonomous Sensory Meridian Response, also die englische Übersetzung. Dies bezeichnet die Erfahrung eines statisch ähnlichen oder kribbelnden Gefühls auf der Haut. ASMR dient zur Entspannung und am bestenfalls sogar dazu, dass man einschläft. Und Leute, lasst euch jetzt nicht am Anfang abschrecken. Ich bin eigentlich auch so ein Mensch, der von Hypnosen und diesen ganzen Trance-Geschichten eigentlich nicht viel hält. Aber doch, ich bin jemand, der ASMR auf YouTube bringt. Es sieht aktuell so aus, dass ASMR aus dem amerikanischen Bereich kommt. Und jetzt gerade erst aktuell so nach Deutschland rüberschwappt. Ich selber schaue seit einem Jahr ungefähr selber ASMR. Und zwar die englischen, also amerikanischen Videos. Es gibt leider im deutschen Bereich sehr, sehr wenig Leute. Wobei ich sagen muss, in den letzten Monaten, seitdem ich da selber auch mit angefangen habe, steigt die Zahl täglich an ASMR-Artisten. Und zwar kann ich euch das so erklären. Ihr schaut ein Video, in dem Videos wird meistens geflüstert. Das heißt, entweder über Softspoken, so wie ich jetzt gerade spreche, oder komplett geflüstert. Und dies dient dazu, dass die Leute entspannen. Ich hoffe, dies war jetzt nicht so weird für euch. Es wird in ASMR-YouTube-Videos nicht nur geflüstert. Und entweder man tippt auf Gegenständen rum, sogenanntes Tapping. Und es gibt unendliche Sachen, die dazu führen, dass man müde wird. ASMR hilft auch ganz vielen Leuten. Es gibt einige Leute, die zum Beispiel Angststörungen haben, Panikattacken und durch solche Videos wirklich zur Ruhe kommen. Ich wollte es am Anfang auch nicht glauben. Und doch sitze ich heute hier und produziere solche Videos selber. Ja, wie gesagt, ich habe angefangen vor allem ja diese Videos zu schauen. Und es geht gar nicht mehr heute ohne. Es dient, also bei mir ist es nicht mal so, dass ich mir sie unbedingt zum Einschlafen anschaue, sondern einfach alleine einfach mal im Bett liegen, sich solche Videos angucken, zur Ruhe zu kommen. Und dieses, es klingt weird, ich weiß, dieses Kribbeln zu bekommen, ist einfach ein schönes Gefühl. Und nein, versteht es nicht falsch, äh, falsch. Gutes Deutsch ja nie noch. ASMR hat nichts mit sexuellen Sachen zu tun. Wirklich rein gar nichts. Leider wird es oftmals in diese Schiene gerutscht. Aber dazu weiter wird jetzt nicht von mir berichtet, sondern ich denke, ich gebe einfach mal eben weiter. Ich denke, Janina gehört auf jeden Fall zu den Personen, die das ziemlich cool machen und auf YouTube so betreiben, dass man auf jeden Fall dahinter stehen kann. Andere dagegen, ja, die nutzen doch ihre, ja, Vorzüge und zeigen die dann noch recht freizügig in ihren Videos. Und das hat dann nicht mehr wirklich was mit diesem Grundgedanken der Entspannung zu tun, vielleicht in anderer Form, aber nicht mit dem, was eigentlich mit diesen ASMR-Videos erreicht werden soll. Da wird dann geatmet und das wirkt dann eher wie ein Stöhnen und, ähm, ja, seht selbst. Manche gehen auch so weit, dass sie gewisse Szenarien nachspielen. Und wieder morgen danach mit der Affäre und Co., also sehr in die Softporno-Ecke. Und ich frage mich, wie weit soll das noch gehen? Auch die Kussgeräusche sind sehr beliebt. Und da fragt man sich dann schon, welche Leute hören sich das an? Das sind dann wahrscheinlich irgendwelche einsamen Leute, die dann sich dabei nicht nur von den Geräuschen entspannen lassen, sondern auch andere Dinge ausüben. Und das muss man dann schon ganz offen sagen, dass das schon eine komische und servierte Geschichte ist, wenn man das Ganze mal so betrachtet. Es gibt auch diese Personen hier, die sich eigentlich im Prinzip nur regelt und ihre Vorzüge zeigt und dann das unter ASMR verkauft. Und dadurch, ja, muss man sagen, hat die Szene sehr gelitten. Und viele tun das dann auch als Albernheit ab und finden das ziemlich komisch. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit einigen gesprochen habe, die sich sowas anhören und sich durchaus entspannt fühlen davon. Also bei mir wirkt das nicht wirklich. Ich finde das immer ein bisschen komisch, wenn man das Ganze dann so hört und die Leute einen dann so anflüstern. Also ich weiß nicht, was das soll. Bei mir hilft das jetzt nicht wirklich. Wenn ich mich entspannen möchte, dann gucke ich zum Beispiel solche Gewitter-Videos. Das finde ich super beim Lernen. Da kann man super bei abschalten und vergisst irgendwie die Welt um sich herum und kann einfach arbeiten. Das ist zum Beispiel eine Methode, die ich manchmal anwende. Und das ist dann schon, finde ich, auch dann vielleicht sowas ähnliches, was man dann vielleicht auch sagen kann, okay, vielleicht sollten die Leute vielleicht auch, die solche Videos auch hochladen, auch einfach mal auf die Geräusche setzen und nicht nur ihre Vorzüge in die Kamera halten. Und ja, das ist dann schon vielleicht dann auch eine Methode, wo dann die ganze Szene vielleicht auch ein bisschen, ja, ernster genommen werden würde von vielen. Das ist zumindest meine Meinung. Ich bedanke mich bei Janina für die spontane Aktion, dass sie hier mitmacht bei diesem Video. Ihr Kanal ist unten verlinkt, guckt da gerne vorbei. Sie macht das sehr ordentlich, wie ich finde. Und lasst gerne auch ein Like oder Abo da und schreibt sachlich unten rein, was ihr von der ganzen Szene haltet. Ob ihr da gerne mal zuhört und ihr das cool findet oder ob ihr das Ganze ein bisschen strange findet und ja, eigentlich daneben, wie die Damen, die zuletzt gezeigt wurden. Lasst gerne, wie gesagt, ein Like oder Abo da. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald und ciao, ciao. Ciao.